ja mo mo leute euer zero hier und herzlich willkommen zurück zum let's play the escapists das erste mal 2017 werden wir ausbrechen ich möchte mich momentan oder derzeit ein bisschen für the escapists 2 vorbereiten und wieder ein bisschen in das spiel eindringen um es ein bisschen zu studieren zu lernen zu leben um dann später bei the escapists 2 natürlich weiter zu machen und heute werden wir den londoner tower betreten es ist kein workshop gefängnis dieses mal es ist ein bonus gefängnis von den entwicklern und da werden wir reingehen ich habe mich für die londoner tower entschieden weil ich deshalb ja auch nio spiele und bei nio startet man auch im londoner tower das heißt ich kenne mich da schon ziemlich gut aus und natürlich habe ich eure namen schon ausgewertet und diese werden wir auch gleich auf jeden fall sehen ich möchte erst mal meinen charakter auswählen ich hatte ja immer den mit den blauen haaren und nenne ihn zero einmal habe ich ja nur noch dud gießen so und heute kommen wir zu euren namen ich sage euch heute wer alles dabei sein wird mit dem wir in den nächsten tagen versuchen auszubrechen beziehungsweise die uns daran hindern werden übrigens sehen die werte aus als hätten sie sich in die hosen gepinkelt guckt euch das an ich sehe das ganz genau ihr habt angst vor mir so wir kommen zu den insassen die insassen sind falloutboy maxi kraft oh oh da habe ich fehler gemacht maxi kraft 565 ok oder auch nicht maxi kraft 565 so so ist richtig ne ich gucke noch mal kurz auf meinen kontrollzettel 656 maxi kraft 656 so jetzt habe ich es aber richtig gemacht ne wir maxi kraft dabei wir haben burrito panda dabei wir haben krezi dabei wir haben wieder mal snox dabei ich glaube snox du warst bisher jedes mal dabei ne du bist du bist so ein lacker du bist ein richtiger lacker wir haben regi dabei wir haben jato dabei wir haben nugget dabei nugget ist auch gerne mal dabei suke robin philip und als allerletztes den vero biat ihr seid die insassen für diese staffel und wir werden gemeinsam ausbrechen dann haben wir als werter die sich in die hosen gepinkelt haben den tobias officer tobias wir haben officer nummi wir haben officer grabgen wir haben officer janne janne jan dark sagt mir wie ich das aussprechen soll officer sir pickel was perfekt zu london passt officer atomic c officer red cookie officer tyrone officer jojo 56 und officer killer dem man nicht begegnen möchte ich habe derzeit ein paar probleme mit obs ich hoffe dass man ob es nicht abkacken wird ich habe gerade mehrfach versucht skyrim aufzunehmen hat einfach nicht funktioniert und deswegen habe ich erst mal sein eingelassen und dachte willkommen nimmst du wenigstens der eskipist auf und dann versuchst du das zu fixen naja übrigens werke ich gerade wenn ihr euch die charaktere alle so anseht da ist ein weißer punkt da da ist ein weißer punkt hier wandert der weiße punkt bei diesen charakteren wandert der weiße punkt ich weiß nicht warum keine ahnung naja wir starten einfach mal ins gefängnis wir gucken uns das ganze mal an wie immer werden wir in den ersten tagen erstmal das gefängnis analysieren ja zero ein reiches mitglied der gesellschaft hat dich des parates beschuldigt also hatten wir keine andere wahl als den prozess zu übergehen und dir gleich ein bett hier zu reservieren sämtliche kosten trägt deinen gönner und diese beweise die du vorgelegt hast die sind anscheinend irgendwo falsch einsortiert worden genieße den aufenthalt bauer du mich auch alle du mich auch so wir gucken als erlassen unsere schreibtisch da haben wir kaum was er ist jetzt weg wir gucken kurz in seinen schreibtisch wir müssen eigentlich zum morgen appell allerdings holz ja ein kam ich baue mir gleich direkt eine waffe den brauche ich den kam nicht okay legen wir erst mal die sachen hier ab wie kräftet man noch mal erstellen zack direkt mal eine volle socke gebastelt und somit haben wir unsere erste waffe man bin ich gut das ist ein richtig guter lauf freunde das ist richtig guter lauf wir gehen zum morgen appell jetzt weiß ich nicht wo es lang geht wartet auf mich ich habe ja zum lück noch ein bisschen zeit verdammt ich habe verpasst wenn sie kontrollieren wenn sie mich jetzt kontrollieren will ich am arsch direkt am ersten tag das wär's also hier sind die insassen hier sind drei leute die uns kontrollieren morgens das werden glaube ich nicht immer dieselben sein und diese ausrufen zeichen sind einfach nur quests die uns geld geben mit dem wir sachen kaufen können und blablabla blub und nugget möchte von uns gestern sind meine sachen verschwunden und jetzt heißt es officer jojo 56 hat es worms spiel oh mein gott du hast nugget worms geklaut das habe ich ihm geschenkt oh jojo wieso klaust du das spiel was ich ihm geschenkt habe okay das hast du verdient snox officer janir glaubt er hätte exklusiven zugang zu meinem schreibtisch schreibtisch schlag ihn für mich zusammen und ich bezahle dich dafür ich weiß nicht ob ich schon hinkriege jemanden zusammenzuschlagen wir werden sehen ach da haben wir noch eine quest seit tagen verfolge ich einen dieb und weiß jetzt wie er vorgeht lenkt die werte ab wenn wieder abendessen ist okay jetzt weiß ich gar nicht mehr kann ich eigentlich zusammengeschlagen werden und meine sachen im schreibtisch bleiben ich weiß es gar nicht mehr ist überall unkraut der gärtner sollte echt gefeuert werden was denn los hier so dann nehmen wir jetzt mal ein tablet setzen uns hin wir haben gleich erst mal unsere schicht wir arbeiten und dann werden wir freizeit haben genug freizeit oder ja ein teil freizeit um uns ein bisschen unser knast anzusehen gucken wo wir eventuell ausbrechen könnten um die quest kümmern wir uns später erst mal wirklich wirklich ein bisschen rum gucken oh ich bin der gärtner aber wissen alle ich werde höchstwahrscheinlich gefeuert weil ich ein schlechter gärtner bin da jetzt wissen wir auch warum da überall unkraut war weil ich der gärtner bin naja so wir nehmen mal so eine hake mit wissen ja wo unkraut ist weiß nicht ob ich schaffen werde aber ein bisschen geld nebenbei zu verdienen wäre echt cool suche suche bleibt doch stehen endlich weiß ich wer mich ständig beim direkter verpfiffen hat lenkt die werte ab wenn wieder hofgang ist müsste ja bald hofgang sein so einmal unkraut ich kenne mich hier noch gar nicht aus ich weiß gar nicht wo ich hinlaufen soll ah oh Gott habe ich gerade den typ mir geschlagen ich habe jojo geschlagen ja jetzt schon mal ein bisschen leben verloren perfekt den muss ich sowieso noch zusammenschlagen so ich bin sowieso jetzt in meiner kabine das war hier ne da muss ich ganz kurz mal die socke ablegen wenn wenn ich stress mache darf ich keine waffen dabei haben sonst werden sie mir einfach abgenommen so wir laufen mal im kreis jedenfalls glaube ich dass wir es tun da ist kein gang hier ist die bibliothek ich versuche jetzt schon alles abzuchecken hier ist nicht genug unkraut ihr wollt mich doch verarschen ich bin jetzt einmal rumgelaufen da ist ein kraut ich habe noch eine stunde zeit mein job zu erledigen aber ich habe das gefühl dass ich kein unkraut mehr finden werde da ist ein sniper auf den mauern krass aber kein unkraut mehr jawohl arbeitspensum geschafft ich nehme mal kurz den wischmob als waffe vielleicht kann ich aber etwas erreichen auch regi lenkt die werte für mich ab wenn wieder hofgang ist zwei zum preis von einem cool sehr schön damit kann ich leben und hofgang müsste ja bald sein ne wir gucken uns mal unsere quest an officer jane macht krawall abendessen hofgang das krieg ich alles heute noch hin ne cool jojo stimmt das sind hier meine sachen die ich basteln kann wir wissen ja so einiges machst schlägerei basteln hofgang hallo snogs mein freund ich beklaue snogs verdammt jetzt ist hofgang okay ich versuche ich versuche mal was zwar werde ich hier reingehen das klebeband hier reinschmeißen und hoffen dass niemand sieht er geht doch schon dahin und nimmts mit ok ja ich muss stress machen ich weiß hier tobias nimm dies du hast richtig einen gefallen getan du hast sogar einen gefallen getan ja und dafür bin ich gestorben so gucken wir mal für das klebeband kriegen obwohl gleich sowieso abendessen noch kann ich mich davon stehlen aber sowieso meine quest erledigt ach das klebeband ist schon weg war ja klar kaum lege ich es hin ist es weg ja ich bewege mich zu meiner zelle und gucke ob meine sachen noch da sind freizeit ah meine volle socke ist noch da sehr schön aber ich muss sowieso noch krawall machen das stimmt okay hier ist leider nichts ach schade das muss ich überlegen oh das ist gut könnte man sich hier vielleicht irgendwas machen oder sieht das ein werter wenn er hier runter läuft ich meine es gibt da so einen schicken trick und zwar können wir da was hinlegen und wenn die werte das sehen dann ist es da nicht sicher deswegen brauchen wir illegales zeug wir brauchen ganz viel illegales zeug um quasi die hotspots zu markieren die wir gefunden haben auch schokolade nehme ich sehr gerne eine pfeile alter war medizin medizin will ich auch haben so auch noch mehr illegale sachen leute enttäuscht mich nicht ach das ist mein schreibtisch ja da sind illegale sachen drin die turmwaffe kam waffe perfekt machen wir so eine kammwaffe gut zack jetzt haben wir noch eine kammwaffe somit legen wir eine kammwaffe mal hier hin gucken ob sie eingesammelt wird okay er hat es schon mal nicht gesehen das könnte tatsächlich gut werden mit dem hotspot da den wir gefunden haben mal sehen wo könnte man noch was machen die küche ne die küche die küche war ja immer unser hotspot nr 1 haben wir gerne mal gegraben geht gleich einer in die küche können wir es direkt sehen was ist hier hier scheint mir ein sehr sicherer ort zu sein ne können wir uns das mal so angucken welche sau geht da schon hin hier haben wir auch irgendwelche lagerbestände hier in der ecke könnten wir noch mal gucken was ich hab's nicht ganz gelesen verdammt so oh kessie 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 hey hast du eine quest für mich hab ich gesehen zieh für mich aufmerksamkeit der werte auf dich wenn wieder abend essen ist auch wieder zweifel ein cool so gefällt mir das ich brauche aber noch ein bisschen illegalen stuff hoffentlich sieht das keiner abend essen perfekt wieso hattest du erde bei dir egal wir legen die erde jetzt mal hier hin und dann schauen wir mal jetzt sowieso abend essen jetzt ist der zeitpunkt gekommen wo wir sehen können ob sie die waffe gesehen haben ja der küchen hotspot geht nicht mehr ach ja ich muss ja stress machen geld geld so wir sind wir sind mittlerweile reich wir haben 99 dollar kann ich nicht mehr als 99 dollar haben ist das möglich bitte nicht schlagen ich belohne dich wenn du mir etwas besorgst magazin und jetzt machen sie stress ich bin ziemlich sicher dass officer surpical ist auf mich abgesehen hat zertrümmer sein gesicht ich kann's versuchen das gefällt mir ach ist wieder zweimal am tag arbeiten habe ich wirklich keinen bock drauf also die erde ist noch da das könnte gut sein gucken noch weiter in hotspots ähm schauen wir mal da ok scheint niemand zu sehen wie sieht's denn da unten aus hat das mittlerweile jemand gesehen nein den kam hat immer noch niemand gesehen ich kann hier arbeiten ich kann hier arbeiten und vielleicht sogar darüber gehen ah guck der ist einfach lang gegangen das ist gut das ist gut sooo das einzige was ich noch machen könnte ist diesen schreibtisch nehmen und den da erstmal hinpacken den hier und da hinpacken und dann könnte ich mich hier durchbohren natürlich müssten das alles meine freunde sein damit das funktioniert weil sonst verpetzen sie mich einfach oh netter versuch meine jungs haben verstreute erde aus einem tunnel entdeckt und zu dir zurück verfolgt das war nicht meine erde das war nicht meine erde das war nicht meine erde ich hab die jemand geklaut und ich weiß nicht mehr wem verdammt ey ich hätte mich rächen können ah das war nicht meine erde ich hab die erde da einfach nur hingetan ok so und wissen wir erde sollten wir auf jeden fall nicht irgendwo hin tun das ist keine gute idee erde irgendwo hin zu tun ähhh das ist bitter übrigens ist der tag hier bei der escapists äh im london tower ziemlich lang über 15 minuten das heißt wir werden mittendrin äh oh nein hier wurde alles rausgefischt oder ja der mann ist hier rausgefischt verdammt äh wir werden mittendrin nicht mehr im tageswechsel die folge beenden sondern einfach mittendrin anders geht das leider nicht gut ja ich bin ja schon unterwegs ich muss meine hotspots nochmal markieren die die übrig waren es ist ganz wichtig dass wir die hotspots alle markieren die noch übrig sind ähm einfach nur damit wir wissen da ist es wirklich safe und mit erde werde ich das nicht nochmal machen das gute ist der platz wo wir die erde platziert haben der ist nicht sicher ja das finde ich gut lockt euch zusammen was oh yeah oh nugget doch du bist ein loser du hast nur einen mob dabei weißt du was kannst du nackt rumlaufen ja hier scheiße frühstück soo schnell zum frühstück ja ich bin doch schon da reg dich mal ab du reg dich mal ab ok äh ich muss gleich auf jeden Fall den Kamm nochmal anspitzen da gehen sie auch rein ne Gärtnerjob äh ich muss doch die Gärtnerjob langsam verloren haben ach das ist schon meine Kammwaffe ok wo war der andere hotspot hier unten ne soo und den da oben müssen wir auch nochmal abchecken die erde haben sie gesehen das ist schade die Frage ist nur kann ich da wirklich graben oder sehen sie das Loch äh ich glaube das werden wir als allererstes testen ich gehe gleich mal in die Küche ein Baseballschläger cool krass und wenn ich Nägel finde kann ich da Nägel drauf machen das ist cool das gefällt mir noch ein Kamm perfekt so spitzen wir erstmal die Kämmer an und dann schauen wir mal ähm die haben den hotspot hier gefunden ach verdammt ja die gehen auch da runter ne shit ok wenn ihr einen hotspot findet sagt mir ruhig bescheid und ich guck mal nach ob man da irgendwas machen kann das ist doch für mich sehr interessant vor allem ist da oben irgendwas irgendwas ist da oben hmm ok das ist wirklich in den Schatten so wo ist die Küche da steckt sich wieder irgendjemand zusammen so ich geh mal in die Küche äh klauen wir da ein paar Löffel einer muss frei sein und er da reinpassen könnte sonst können wir nicht graben nach Philipp oh oh Magazin alle die ich ausräubere die äh mach ich nackt einfach nur weil ich es kann der Hotspot wurde gefunden shit ok ok so sicher kann der anscheinend nicht sein der Hotspot wurde gefunden oder hab ich den Kamm da weggenommen achso ich wurde gefeuert ja das ist mir ehrlich gesagt egal so so Zeit für Hofgang das ist das wovor ich am meisten Angst habe Hofgang weil ich nicht weiß wie das funktioniert ah ich verstehe einfach nur bis zum Ende durchdrücken wir brauchen ganz viel Stärke damit wir uns verteidigen können das heißt Hofgang ist einer der wichtigsten Dinge die wir tun müssen ein Leben hab ich auch zwei Leben endlich weil wenn wir es schaffen die Wärter zusammenschlagen zu können dann haben wir es eigentlich so gut wie geschafft ach Philipp schon wieder es tut mir echt leid für dich dass du die ganze Zeit nackt rumlaufen musst aber meine Schuld ist es ja nicht dass du dich zusammenschlagen lässt Hotspot aber da steht glaube ich einer da steht glaube ich einer gut wir haben nicht mehr viele Möglichkeiten also die Kämme sind auf jeden Fall noch da das ist gut die Frage ist läuft hier einer hinten lang und sieht eines Tages diesen Kamm Planst du einen Ausbruch oder was? oh Burrito du weißt bescheid weil wenn ich jetzt anfange ein Loch zu graben und die Wärter sehen das lande ich direkt in Einzelhaft deswegen ist es wichtig dass wir uns wirklich ausgiebig informieren spinnt Bücherregal für Intelligenz und wir haben jetzt das Magazin was der eine gesucht hat ne wir werden das auf jeden Fall zwischenlagern und dann zur Not ich können wir mehr als 99 Dollar haben das ist mir grad ein bisschen suspekt Habe ich endlich ne Waffe? ja wie gern ich dich jetzt zusammengeschlagen hätte ähm wir müssen mal die ganzen Kabinen durchsuchen wir brauchen auf jeden Fall ein Metallstück und Klebeband oh Kabin mit Rasierklinge das kenne ich auch noch gar nicht haben die hier ein Update drauf gezogen? hier gibt's Sachen die kenne ich gar nicht krass auch nichts kommt schon ein Metallstück ich muss mir ne Rüstung basteln nur so kann ich überleben nur so kann ich die Werte ausschalten und vor allem brauche ich ein bisschen mehr Leben ich glaub sonst hatte ich immer um die 40 Leben ne Tinte du ja Thorst das warst du beim letzten Mal auch schon mit der Erde ne ich merk schon der Kollege will auch ausbrechen ich merk das schon so mit dem Ding und Holz können wir uns eine Schaufel basteln die wir ganz ganz dringend brauchen weil ich glaube einen anderen Weg werden wir hier nicht rausfinden als dass wir eine Schaufel benutzen mach mal's war schon mal die Hälfte Abendessen noch ein wenigstens Schläger ich komm gleich zum Abendessen macht euch keine Sorgen so ich guck hier nochmal kurz rein wegen Klebeband Nägel Geht das bereits? Segel und Baseball Schläger? Ich glaub dafür brauche ich noch ne dritte Komponente ich glaub Kleber oder so oder Klebeband irgendwas so ähnliches naja Alter hier schlagen die sich die Leute hier jede Minute zusammen Sauglocke ja ich bin ja gleich da meinte ich nichts was ich gebrauchen könnte ja ich bin doch schon da man drehen wir nicht am Rad alles wird gut Leute alles wird gut so ein bisschen unsere Energie wieder herstellen Puh ja vielleicht werde ich den Tag hier doch noch durchziehen weiß noch gar nicht Freizeit Abend ja ist ja fast schon vorbei ne ist ja fast schon vorbei der Kamm wurde immer noch nicht gesehen sehr schön ähm so die Kämme wurden auch noch nicht gesehen ich brauche unbedingt einen Platz wo sie auf jeden Fall nicht nachgucken werden einfach nur damit ich das Loch einfach stehen lassen kann ich hasse dieses ich hasse es dieses Loch immer wieder zuschütten zu müssen und deswegen werde ich es nicht drauf ankommen lassen ja ich brauche mehr Intelligenz dafür na gut solange unsere Hotspots quasi gesucht werden werden wir uns erstmal darum kümmern in die Bibliothek zu gehen und vielleicht da auch mal einen Hotspot zu setzen ich habe ja noch einen wäre mir jetzt wäre mal eine Frage ob das funktioniert vor allem müssen wir uns dann auch irgendwann mal Gedanken machen äh wo wir überhaupt hin wollen okay der geht nach unten aber ich glaube da gehen sie auch hin ne ich glaube da oben gehen sie auch hin geht ihr da ernsthaft nicht hin? lol ich könnte theoretisch mich da durchgraben die Mauer hier einreißen sie durch eine Trappe ersetzen und dann könnte ich da quasi mein Loch haben und das hier würde ich dann zuschütten äh zuschütten aus Sicherheitsgründen dann hätten wir hier eine kleine Operationsbasis das wäre cool wir wollen jetzt gleich schon mal Schlafenszeit das ist doch schon mal ganz gut in Ordnung und dann beim Morgenappell werden wir mal gucken ob wir ein bisschen handeln können das wäre doch mal auch interessant zu wissen so jetzt brauchen wir glaube ich war das ein Brecheisen für eine Spitzhacke? das brauchten wir wir brauchten auf jeden Fall ein Metallstück oder? ne ein Metallstück war äh für für die Schaufel ne ach ich weiß es schon gar nicht mehr aber ich kann ja nachgucken oh ich bin zu müde duschen sehr schön Intelligenz haben wir ein bisschen aufgebaut wir gucken mal was haben wir heute erreicht eine Intelligenz von 52 das dürfte fürs erste reichen wir verlieren natürlich auch Intelligenz und Stärke wenn wir uns nicht darum kümmern die anderen sind auch noch nicht da und ich werde hier gleich schon voll gestresst Medizin braucht doch keine Sau äh oder wir können jetzt hier kurz mal handeln Krassi Erste Hilfe ein Seil ja ich weiß nicht ob ich hier ob ich bereits ein Seil brauche ein Seil brauchen wir um einen Kletterhaken zu erstellen boah ich glaube das wird nichts Abendappell wenn wir jetzt kontrolliert werden müssen wir sofort nach Hause laufen und unsere Sachen klauen also aus dem Ding des Kirchens ach deswegen ist hier das Licht ahhh will noch jemand handeln außer Krassi es ist immer Tobias Numi und Grabgen die hier sind anscheinend immer dieselben die aufpassen wie mein euer untreuer Ex zu sagen fliegt ok ich wusste nicht dass da irgendeiner weiblich ist ich habe jetzt nicht darauf geachtet wer wir untersucht ich hoffe ich nicht ich gehe jetzt erstmal hier rein und wird die überhaupt abends untersucht oder wird nur morgens untersucht auf jeden Fall fängt jetzt die Nachtruhe an ich habe gar nichts gemacht den nächsten Dreikopf den schlage ich zusammen tja ähm ich glaube Killer bleibt jetzt hier bei mir ja ich habe einen Freund gefunden ich würde sagen das war es für heute Freunde wir haben einen Freund gefunden und wir haben ein bisschen den Londoner Tower ausgekundschaftet ein paar Ortspots markiert und äh wir schauen einfach morgen mal nach wie weit wir kommen bis dahin werde ich erstmal OBS neu installieren und hoffen dass dieser Fehler nie wieder auftaucht dass OBS einfach abkackt haut rein euer Zero tschüss und denkt dran wenn euch die Folge gefallen hat ein Like würde mir gefallen bis zum nächsten Mal